Schleifend Oh ja Achtung Here ., Schleifend Knochen ом Of o 0 Also die Miele bei mir, wenn ich die drei Sachen drin habe, dann dauert der Kugel. Gut. Die kann mich auch Wasser-Bus-Wasser-Stamm lang vorwaschen. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist sie so wie die anderen, wenn die kurz und vorbeiget sind, dass sie dann spielen auch immer so. Oh, ich weiß. Das ist uns bestimmt nicht mehr. Das frauische Schleudern ist ja nicht so spektakulär. Schleudert sie einmal kurz an, selbst wenn sie liegen und nicht schleudert, dann lässt sie das alles aus. Oh, ja. Schönes Bullach. Das ist ja klasse. Ich hatte noch da mal Flächen mit Metall drin. Das hat gut gekrebt. Ja. Ja. Ich glaube, das hat eine Klasse gesehen. Schön abgetrunken. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das klappt, dann ist das. Das war jetzt ein Toterzeug. Das hat eine Art von Z-Bus-Wasser-Stamm. Von einem Schleuder. Ich höre nicht, ob das klappt, dann ist das. Ich seh schon wieder was geht. Warte mal ab. Oh nein. Oh nein. Perfekt. Das macht ihr extra für euch, wenn ihr da seid. Trittet ihr jetzt einmal kurz hoch? Guck mal wie geil. Achso. Das war schade natürlich. Muss aber auch nicht sein. So freudig das Fuß wieder zurück in die Mechel. Bringt das vor euch her. Bringt die vor euch her. Ein Gründer schien früher. Total heftig. Nach der vorgeschrieben. Oder überhaupt gar nicht. Ja, gar nicht. Dann sehen wir mal. Wenn dann, nimmst du mal den vorher nachher. Okay, dann bis später. Tschüss. Der Lächter sagt so einen Morgenstern wie er will. Ich glaube, irgendwo auch gabeln. Der reicht auch. Der Lächter. Der Lächter. Der Lächter. Der Lächter. Der Lächter. Ja. Das macht doch gar nichts. Der Lächter. Der Lächter. Der Lächter. Das hilft gar nicht. Ja doch. Aber trotzdem. Oh. Der Lächter. Das ist ja schon. Der Lächter. Warte mal. Ich habe einen. So. Da war noch einer. Oh. in rosa Ich haufe einen Haftschlag mit Pindacast. Ihr kannst doch auch. Zusammen ist aber... Ein Patate Pindacast? Was ist denn? Patate? Das kannst du auch tun, oder? Pindacast. Also, Belgisch. Das ist ein Patate Zentrum in Belgien. Finde ich nicht zu viel Schaum, oder? Geht auch. Perfekt. Ist Schaum gut oder schlecht? Kommt nicht an. Es gibt guten Schaum und bösen Schaum. Kommt auf seinen Karma an. Hieserchen würde ich Video verabendlich sagen. Das finde ich ganz unqualifiziert. Aber nichts im Vergleich mit den ganzen Waschtelf-Videos beim Radex. Da wird sterblich gemacht. Das ist ohnehin. Was willst du? Hab ich das gut gemacht? Das ist von Gas. Ja, ja. Willi, ist das eher vom Strom? Oh ja. Ja, vom Strom, genau. Das ist so schade bei Elektronen. Deswegen. Hallo. Begrüßt sie uns. So, wir sind ein bisschen durch. Ja, super. Ein bisschen neidisch. Vielleicht jetzt auch Hunger, oder? Ja. Ja. Hunger auch. Ja, Hunger auch. Ja, extra ruf noch mal so ein bisschen Wasser. Das kann man dann auch noch mal irgendwie... Na, wirklich. Noch ein bisschen, oder? Ne, das war ich. Ja. Kannst du erst ein bisschen. Nichts nehmen damit. Nein. Ich hab mir das in den Geräten übersetzte los версien. Ich hab mir das nicht Munge gewonnen. Jogether am fool. Vic, noch mal ein paar Mal so einen bitte... ... bei euch im D怎麼了? Nee. Auch mehr vor einzeln! Die paar Minuten aus dem secretarios aus dem�j destinatารier! Ja, als es nicht fast ist. Glockenläuten Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020